Herzlich willkommen hier auf unserem Immobilienkanal. Mein Name ist Dennis. Wir befinden uns hier aktuell in Kestel. Mietwohnung ist das Thema. Preis sehr, sehr, sehr gut in den heutigen Zeiten. Schauen wir uns ein bisschen um. Also, Stellplätze im Schatten, ganz wichtig im Schatten, vorhanden. Basketballkorb, Tennis, Multicourt, vorhanden. Kann man halt ein bisschen sich austoben, wenn man möchte. Wir schauen uns ein bisschen mal den Außenbereich an, würde ich vorschlagen. Hier haben wir den Kinderspielplatz, Spielmöglichkeiten, Gummiboden vorhanden. Ihr seht, gepflegte Anlage, sauber, grün, vorne am Meer. Hinten haben wir Barbecue-Area. Und hier haben wir auch schon direkt den Pool. So, hier haben wir den Poolbereich. Wie ihr sehen könnt, wird der auch reglich genutzt. Bietet sich bei 31 Grad ja auch an. Hier haben wir den Indoor-Pool-Bereich. Logischerweise jetzt gerade nicht in Benutzung, weil, ich erwähnte es gerade, 31 Grad. Wird aber im Sommer, bzw. Entschuldigung, im Winter wieder angeschaltet werden. Wir haben auch einen Whirlpool innen drin. Und eine Sauna. Ja, tut mir leid, dass wir nicht da komplett reingehen können. Ist gerade abgeschlossen. Dafür schauen wir uns den Fitness-Salon an. Also hier kann man sich ein bisschen betätigen. Kann sich draußen den Pool anschauen. Auch vernünftige Gewichte. Hier hat man wirklich alle Sachen. Also man hat Laufbänder, seht ihr ja selber. Vernünftigen Crosstrainer von Pro Fitness Fahrrad. Bankdrücken kann man hier machen. Alles natürlich voll klimatisiert. Die großen Klimageräte. Und noch vernünftig mit Naturstein. Hier kann man sich ein bisschen Yoga-technisch oder Sit-Up-technisch, sollte ich vielleicht auch mal wieder machen, betätigen. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Wohnung an. Herzlich willkommen hier im dritten Stock. Kommt einfach mal rein. Es ist noch ein bisschen Land unter. Weil hier wird gerade noch vom Eigentümer, den haben wir auch gerade kennengelernt, gestrichen. Die Sicherheitstüren kennt ihr ja. Wie gesagt, wir sind hier in Kesteln. Wir kommen auch nachher zu der Aussicht. Gegensprechanlage. Und direkt das erste Highlight. Getrennte Küche. Viel Platz. 120 Quadratmeter haben wir hier. Großer Balkon. Und ihr seht ja schon, was wir da haben. Und das schauen wir uns auch direkt mal ein bisschen näher an. Herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ja, vorne ist das Mittelmeer. Darf ich vorstellen. Das blaue, große. Vor uns ist der Pool. Wie ihr seht, wird er auch gerade benutzt. Also ausreichende Größe haben wir definitiv. Wie gesagt, die kleinen Schönheitssachen werden jetzt gerade gemacht. Und ja, schauen wir uns die anderen Zimmer an, würde ich sagen. So wie ihr seht, lässt der Eigentümer gerade noch streichen. Wurde bis zum Einzug natürlich gemacht sein. Schauen wir uns das erste Badezimmer an. Dusche wieder bis oben hin durchgefließt. Hier hat man auch den Wasseranschluss für die Waschmaschine. Hier wären wir auch direkt schon im ersten Gästezimmer angekommen. Berge hat man auch ein bisschen. Basketballplatz hat man hier auch unten. Also vernünftige Größe, Klimavorbereitung ist gemacht. Antenne, Strom, alles vorhanden. Und ich würde sagen, gehen wir den Master-Bedroom anschauen. Hier im Master-Bedroom, wie es in der Türkei Standard geworden ist, schon fast. Haben wir direkt auch ein Badezimmer. Und das schauen wir uns an. Dusche, Waschbecken, auch gleicher Stil bis oben hin durchgefließt. So, Master-Bedroom hatten wir schon. Wichtig oder interessant zu wissen, alle Räume haben, schaut euch das mal an, Fußbodenheizung. Also im Winter hat man warme Füße. Klima wurden gerade demontiert vom Vormieter. Anschlüsse, alles vorhanden. Kleiner Balkon, kann man die Wäsche raushängen. Und dann, die Klimageräte sind hier an der Seite versteckt. Auch nicht schlecht gelöst. Ihr kennt das. Und jetzt schauen wir uns im Wohnzimmer angekommen. Größe, wirklich super. Klimavorbereitung, wie gesagt, gemacht. Steckdosen vorhanden. Lichtdurchfluteter Raum. Schaut euch das Panorama an, die Aussicht. Gleicher Balkon. Meer, Meer, Balkon, Glasfront, kann man öffnen. Vorbereitung für Dualgas. Und endlich haben wir mal wieder eine Mietwohnung, die auch noch bezahlbar ist. In den heutigen Tagen nicht mehr selbstverständlich. Also, der Eigentümer akzeptiert die monatliche Zahlung. Wir sind, wie gesagt, in Kestel. Zweite Reihe. Erste Reihe? Erste Reihe? Zweite? Eigentlich erste. Die Wohnanlage ist auf jeden Fall in der ersten. Die Sozialaktivitäten habt ihr alle gesehen. Die Nebenkosten, 650 Tele. Das sind ungefähr 40 Euro roundabout. Monatliche Miete, 400 Euro. Also für 400 Euro so eine Wohnung. Dort habt ihr das Mittelmeer. Pool. Alle Aktivitäten drin. Wie gesagt, schwierig in den jetzigen Zeiten. 120 Quadratmeter, getrennte Küche habt ihr. Ein großes Badezimmer, ein kleines Badezimmer. Den großen Hauptbalkon, den kleinen Balkon. Es werden keine Hunde akzeptiert. Der Eigentümer möchte keine Hunde. Katzen sagt der Ola Belir. Katzen ist kein Problem. Ja, wie gesagt, bei Interesse könnt ihr mir selbstverständlich gerne eine E-Mail schreiben. Denn es hat novatöki.com.tere oder via WhatsApp mit mir in Kontakt treten. Nummer kennt ihr ja auch entsprechend. Wenn euch das Thema Immobilien grundsätzlich interessiert, www.novatöki.com.tere Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Glöckchen aktivieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin.